Oh, es geht los. Oh, warte, warte. Ich gewinne. Aber warte, es geht noch gar nicht los. Aber wir können doch nicht loslegen. Wieso können wir nicht loslegen? Wir haben doch gleich keine Antwort. Wir haben doch nichts gemacht. Tetris, wir fangen eigentlich schon an. Tim gegen Chris, ich bin links, rechts Tim. Jetzt müssen wir uns natürlich auch wieder irgendwie rausbasteln aus dem Ganzen. Du meinst? Es hat einfach angefangen. Ist der in die Mitte? Ja! Oh Mann, ey. So ein Assi, dass du einfach weitermachst. Was soll ich denn tun? Ich habe mir jetzt eine neue Linie gebaut. Merkt man das? Nein! Oh, voll verkackt. Erzähl ein bisschen was über Tetris. Magst du Tetris? Ja, das war mein erstes Gameboy-Spiel. Echt? Ja. Okay. Ey, ich habe... Warte mal, ich mache mal kurz kaputt. Wir fangen nochmal neu an. Oh, jetzt fang. Ja, mache auch mal deins kaputt jetzt. So geht das nicht. So geht das absolut nicht. Wir fangen jetzt gleich nochmal neu an. Oh, ist das... Das tut weh in den Runden. So. Ja, du musst du, go. Go, go, go. Wer als erstes der 10 Lanes weg hat, gewinnt. Lanes? Äh, Lines. Ich habe hier gerade voll verkackt, ey. Ich spiele zu viele Puzzlespiele. Ich liebe... Ah, nein! Das Bild ist ein bisschen gewölbt. Kann das sein? Nein, nein. Nein, ich habe schon wieder vertraut. Das ist echt so ein Rund gegen Elend gerade. Ich liebe... Ich liebe ja Puzzlespiele. Aktuell das beste Puzzlespiel meiner Meinung nach ist nur Minis. Meteos ist auch ganz groß. Also alles von Q Entertainment. Ich spiele ganz gerne Professor Leib. Weil du musst auch lauter reden, glaube ich. Ich muss lauter reden? Ja, ich glaube schon. Gegen den Ton an? Ja. Alter, du bist hier gerade voll am... Ja, ich muss schon auf der zweiten Ebene bauen. Ich habe das bis eben voll ordentlich gemacht. Und jetzt fängst du hier an... Mit fiesen Tricks. Ja. Das ist der Adventskalender übrigens. Wir haben gerade so spontan angefangen, dass es keine Möglichkeit gab, für eine andere dazu machen. Alter, noch zwei Lines. Hä, wo siehst du das denn? In der Mitte. Du musst noch vier machen. Nein! Ich muss noch zwei, die noch vier. Das ist doch totaler Scheiß. Du warst eben schon bei acht, Mann. Ja, das geht runter. Du musst noch eine machen. Da hast du gewonnen. Da habe ich so gewonnen. Ja. Das war dann... Hä? Warum musst du warten? Ich muss jetzt zu Ende spielen, oder was? Ja, das ist gerne. Oh, was so ist. Ja, ey, das war die kürzeste und auch wahrscheinlich beste Runde aller Zeiten. Äh, in Sachen... Das war die beste und auch kürzeste Runde aller Zeiten in Sachen Tetris. Ja, ich habe eine Tweet gewonnen. Äh... Warum reden wir eigentlich in die, wenn wir da oben... Ach so. Die reden. Die reden. Lass mich noch ganz kurz... Ach nee, doch nicht. Ihr, ihr ist wieder scheu. Eigentlich wollte er sie hier im Hintergrund noch ausziehen. Nein, ich wollte noch sagen, letztes Video, das hat Simon einfach nur so hoch gestellt. Wir wollten... Ich wusste nicht, dass das was für ein scheiß Adventskalender war. Kann man das auch... Wir haben noch über... Das war Kacke. Ja, Windjammer, er redet von Windjammer, ruhig noch mal angucken. Äh... Ja, würde ich auch sagen, extra noch mal angucken, oder? Ja, aber sehr gut, dass ich hier... Hallo! So ist es. Ähm... Tetris, in meinen Augen eines der... Ein Klassiker halt, ne? Ja. Klassiker, schön zu... Besinnlich zur Weihnachtszeit. Ja, ist ja auch von den Russen für die Raumfahrt entwickelt worden. Ja, tschüss. Tschüss.